das ist jetzt meine wohnzimmer lampe wohnzimmer schrägstrich schlafzimmer lampe wenn sie ausgeschalten ist und das die ganze nacht und ewig so weiter und so fort also naja zumindest so lange der stecker in der steckdose ist aber der schalter an dem stecker ist ausgeschalten ja also irgendwo her zieht sich das system jetzt nonstop irgendeine spannung was ausreicht damit der weissner oszillator ssg da nonstop hin und her schwingen kann also ich habe jetzt mein nachtlicht nonstop ein kleines bisschen mal gucken ob wir hier hinten auch noch die schwing led mit rein kriegen die ist wirklich doch das hier ein bisschen also dieses kleine weiße ding was hier so verschwommen jetzt gerade da ist das ist meine led anzeige die mit der aframengo pumpe ans gehäuse von meiner lampe gekoppelt ist aber das gleich noch mal im hellen ja so schaut es aus wenn es hier hell ist ihr seht die dinger sind immer noch an und die kleine led die ihr gerade gesehen habt das ist hier hinten die ja ihr seht die ist an ja das ist die die aframengo pumpe ist ende davon ist auf dem kollektor hier innen drin und der minus geht ans gehäuse davon ja das anschwingen mal gucken ob es anschwingen jetzt gleich geht wenn man einmal drückt ne noch nichts achso ich muss ja vorn der schalter ist ja immer noch aus ich muss erst mal den schalter für die steckdosen leiste einschalten ganz schön dunkel hier ist jedenfalls der schalter dafür schaltet ein radio ein und das hängt hier unten damit hier ist die steckerleiste genau jetzt leuchtet auch das lämpchen hier das ist nämlich es mein zwölf volt ein ampere netzteil was dann in die stehlampe hier hinten reingeht dann machen wir noch mal den test also jetzt leuchtet jetzt eigentlich immer noch ja jetzt ist klar dass es ein bisschen leuchtet wenn das nicht hell an ist aber trotzdem das ist irgendeine schwindung was hier ist was ich gar nicht eingeschalten habe mal schauen das starten ist immer so eine sache jetzt zweimal hintereinander schwingt es so jetzt machen wir das ganze noch mal rückgängig leuchtet das alles schön dann schalten wir es nochmal aus das so und jetzt schalten wir das ganze wieder aus ja gut am anfang ist klar dass sich der condi ein bisschen entlädt aber ungefähr in der helligkeit ja die helligkeit passt schon so hellwies in der helligkeit bleibt es jetzt ewig bis morgen früh und übermorgen früh also solange ich mit der erde vom hausnetz verbunden bin sozusagen da dürfte ja gar keine leistung drauf sein eigentlich wieder was zum rausfinden ja und ich weiß dann warum aber ich glaube gerade eben kommt nicht gerade ohne grund der gedanke dass unser europäischer beginnipapst wenn man es so nennen kann der thomas altark seit neuesten auch solche step up converter mit anbietet irgendwas jetzt mit dem system zu tun haben mal kommen erstmal gucken